Investieren, das kann eigentlich jeder. Geld verdienen, Geld sparen und Geld in Aktien oder ETFs stecken. Aber hat man damit seine Finanzen bereits gemeistert? Nehmen wir an, Sie wollen ein Haus für sich und Ihre Familie kaufen. Ist das im aktuellen Zinsumfeld bei diesen Preisen wirklich sinnvoll? Welche Risiken hat eigentlich eine Finanzierung? Wie geht man mit dem benötigten Eigenkapital um? Die Antworten auf diese Fragen sind höchst individuell und plötzlich eben nicht mehr so trivial. Ein anderes Beispiel. Wissen Sie, wie lange das Geld reicht, wenn Sie von heute auf morgen nicht mehr arbeiten können oder wollen? Sind Sie dagegen abgesichert? Wie groß ist Ihr finanzielles Polster eigentlich? Kann es Ihren Lebensabend decken? Tatsächlich können die wenigsten Menschen diese Fragen wirklich beantworten. Der Schlüssel zum finanziellen Erfolg ist nicht nur der richtige ETF. Es braucht einen klaren Blick für die Altersvorsorge, das eigene Einkommen, für Risiken und deren Absicherung, für Finanzierungen, Liquidität, Steuern und natürlich auch für die nächste Generation. All diese Aspekte laufen in der Finanzplanung zusammen. Um für die Wichtigkeit der Finanzplanung zu sensibilisieren, findet jedes Jahr der sogenannte World Financial Planning Day und die World Investor Week statt. Der World Financial Planning Day des FBSB Deutschland stellt das Thema Finanzplanung in den Vordergrund. Denn Finanzplanung ist Lebensplanung und hilft Ihnen, Kundinnen und Kunden, langfristig ihre Finanz- und Vermögensziele zu erreichen. Denn früher planen heißt länger genießen. Unterstützt wird die Veranstaltung heuer auch von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Auch bei der Kapitalanleger gilt, Investitionen in Wissen liefern die höchsten Renditen. Daher veranstaltet die SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in Zusammenarbeit mit erfahrenen Finanzplanern im Anschluss an den World Financial Planning Day zahlreiche Webinare, um Wissen rund um das Thema Finanzplanung zu vermitteln. Nutzen Sie die Chancen und erweitern Sie Ihr Finanzwissen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, von unseren hochkarätigen Sprechern über Finanzplanung im Crash, strategische Vermögensplanung, die Renaissance der Anleihen und viele weitere spannende Themen zu lernen. Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um sich einen der begehrten Live-Plätze in den Webinaren zu sichern und profitieren Sie von exklusivem Expertenwissen rund um Finanzplanung. Alle Teilnehmer können im Anschluss ihr Wissen unter Beweis stellen und zahlreiche Preise gewinnen. Bringen Sie Ihr Finanzwissen auf das nächste Level. Der FPSB und die SDK freuen sich auf Sie.